Ja, hallo! Wir sind hier natürlich im hohen Norden, in Nordfriesleim. Also, was machen wir? Ja, wir verkaufen Baustoffe. Wir haben verschiedene Abteilungen. Von Holz bis Elemente, Hochbau, Tiefbau, Galabau, Dach und Fassade. Wir haben auch einen kleinen Fachmarkt, der so das Nötigste wirklich hat und können natürlich auch alles kurzfristig auch bestellen. Wir haben zwei Standorte. Einen Standort in Niebel und einen in Keitum auf Sylt. Unser Liefergebiet umfasst die nordfriesischen Inseln und den gesamten schleswig-holsteinischen Raum. Wenn einer was nach Hamburg haben möchte oder nach Niedersachsen, ist das auch kein Problem. Wir sind auch mächtig gewachsen in den letzten Jahren. Wie wir jetzt in dieser Größenordnung hantieren und arbeiten können und dürfen, ist natürlich schon genial. Wir versuchen, alles zu ermöglichen in Bezug auf Lieferungen oder Angebote oder Vor-Ort-Termine. Egal ob private oder gewerbliche Kunden, bei uns ist jeder willkommen. Wir freuen uns. Bis denn! Das ist ja heftig. Und das von mir, das wäre ja nie Klatschbrauch. Ich habe mich noch nie an der Firma so schnell wohlgefühlt. Was ist eigentlich mit der Knopfdämmung, die da vorne liegt? Ich versuche das. Das Einzige ist, dass mein... Wicht!